Wir haben vorhin drüber gesprochen. Ganz genau. Das, werte Zuschauer, ist das Beliebteste, wenn es in großen Perlen und dafür geben die Damen, wir reden über richtige Damen, mit diesen Farben das meiste an Geld aus. Liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen jetzt ein Perlenkolli bei La Perle Aurora zeigen, genau mit diesen Perlen. Schauen Sie bitte mal. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist einfach sehr, sehr aufreizend, aufgrund dieser Farbkonstellation, die wir haben. Immer zwei cremefarbene, immer zwei helle, diese typische Südsee-Optik, die Sie haben, im Mix mit dieser typischen Tahiti-Optik. Und das ist das, was Sie fasziniert und der Preis kommt natürlich noch mit dazu. Leute, nehmt das mit für 19 Euro. Nochmal letzte Möglichkeit, wir haben den Preisalarm gesetzt. Ab 19 Euro rennt der Preis. Ich muss mal ganz sagen, zu diesem Collier, ich finde, das sieht sehr edel und erwachsen aus. Also von dieser Farbnuancegebung her. Liebe Damen, was richtig Feines. Ich sehe eine sehr feine Dame. Ich sehe jemand, der schick angezogen ist, der vielleicht gerade schön essen geht, mit weiß gedeckten Tischdecken, liebe Damen. Und mehr muss man nicht anhaben. Das ist es halt, ja. Ein schöner, ein ruhiger, ein gediegener Schmuck, den Sie hier nochmal haben. Einfach genau das Richtige für Sie. Und ich darf jetzt diese fantastische Sendung in die schönen Hände meiner lieben Kollegin Arina übergeben. Danke. Vielleicht. Schön, dass du mit dabei bist, Christian. Ich sage jetzt Tschüss.